Hallo und herzlich willkommen zurück zu eurer nächsten Runde B.O.W. mit, ich bin hier, wieso bin ich hier noch so in Gefangt, weil dann das Rohr. Mit den anderen, mit Exteria, Millennia und Dallocard. Juhu. Hallo. Wir sind im Eifer des Gefechts hier. Könnte ich, hätte ich vorne bei dem Zwerg eine Quest abgeben können mit dem Weihwasser. Ja, mit dem Weihwasser? Ja, habe ich dummerweise das Weihwasser auf der Bank kriegen. Oh. Eine optionale Quest aber nur, oder? Ja, ich glaube ja. Ich weiß es gar nicht. Hatte jemand von euch abgegeben? Ne, ich hatte da auch keine. Ja. Mit Weihwasser müsste ich gleich mal gucken, weiß ich gar nicht. Jo, nix. Aber ich habe alles so weit abgegeben gehabt. Ich habe nichts, ich kann nichts. Ich habe vorhin, habe ich das Weihwasser auf die Bank geschmissen. Hier gibt es auch wieder schöne Quests. Rammstein. Hallo. Seid auf der Hut. Fünf Quests. Das ist doch eigentlich nicht schlecht. Und das Beste ist Töte, Töte, Töte. Ja. Wo ist er denn? Da hinten schon. Richtig. Rommel. Hast du es heute einig? Dalu? Nee. Da, ach, dann gewöh... Ich will dich nur schon mal dran gewöhnt. Ach so. Oh, ich habe alles heim. Krabs, krabs. Wow. Da muss alles drauf. Nee, nee. Die Augen. Wir brauchen einen Range, die dir, der auf die Augen geht. Also, Molenia, du musst die Geister abschießen. Welche? Welche? Die kommen irgendwann. Das schaffe ich gar nicht. Irgendwann kommt... Okay. Kannst du nicht. Weil das waren jetzt drei Geister, die auf einmal da waren. Okay. Deswegen waren sechs Gargoyles da. Und jeder Geist spawnt nach ein paar Sekunden zwei von diesen Elite-Gargoyles. Okay. Und die halten aber auch nur einen Schuss aus. Werde ich drauf achten, dass ich die wegmache. Böse, böse. Ich, ich verrückt. Äh, wo bin ich denn jetzt? Mitten in der Pampa hier. Du bist direkt vor der Instanz. Es gibt ja keine Friede. Ich habe es gerade gemerkt, als ich mich umgedreht habe, dass ich direkt davor stehe. Ja, man muss ja zum Glück nicht mehr so arg weit laufen, um die scheiße Instanz wiederzusuchen. Ja. Lass mich rein. Wie ist eigentlich sowas? Oh, ne, ist schon gut. Ich bin mir gerade gewundert, warum ich nur Wok anhab. Du, du, du bistγοig, du hast ja wieder gewonnen. Ich muss nehmen. ich versuche darauf zu achten weil die macht Schaden kann einer ein Fernkampf silence machen auf den Gargoyen kann ich auch bis jetzt war kein Auge da oder ich habe kein nee weil hier das Auge was hier steht wir müssen gleich wieder welche kommen von rechts da fern auf den Gargoyen alle voll gespannt sind und tragen nichts mehr ja ich kann so hoch konzentriert ich bin grad hochkonzentriert und ich ja nicht dieses Auto verpenne wenn es dann auftaucht denn ich kann es steht im Chat guck einfach in meinen Chat das rote Schrift ah ok gut ich kann mich da nämlich so gar nicht daran erinnern dass ich da mal irgendwas gesehen hätte da hat man Augen für die Armee die 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 einzelne boss in WoW hat eine Fähigkeit Immunier gegen Duhiden das ist der Boss, den ich eigentlich immer vergessen habe hier ja ich auch kannst du ja glaube ich auch nur mal wieder die Quest hast mhm ja ich glaube du kannst ihn lieber auch immer machen oder? ne ich glaube der ist sonst nicht da ich weiß es aber nicht ganz sicher ja doch auf jeden Fall ist ein Schmiedeplan also der liegt manchmal in diesem Plan da drinnen den ich jetzt werde auf wo die grünen Schuhe ja was kann ich diese haben für Transmog den will er was will er haben? ich geb ihm die ein weil das ist sowieso ein China Farmer oder so ach Mist ist das die Baroness scheiße wenn Bosse jetzt aussehen wie normale Mobs ich kann grad nicht casten, ich bin eben stiller so jetzt so jetzt ich greife gerade euch an lasst das ey mein Viech greift nicht tötet wohl er die an nein nein dein Viech ist ganz schön sauer keine Dots drauf, du darfst nur keine Dots drauf machen dann kannst du sie umhauen weil sie überlebt mit einem Prozent das Problem ist halt nur wenn sie Dots hat töten die danach toll sehr beruhigend ne ja ganz toll die ist so stark, das trifft die nicht gib dem Krieger da gleich mal die Schuhe wer hat die denn? die Exterior bekommen die gekriegt passt ja ich schau da gleich mal dein Tierchen geht auch nicht ja mal Exterior ich bin verängstigt ja ich auch nein und voll in die Mobruppe genau und du wendest weg in die Mobruppe rein dann kann ich wieder den ersten Boss umhauen müssen weil wenn die jetzt gleich nochmal wen übernimmt wenn die stiller dann ist vorbei jetzt hat sie mich ach nein will den stille? ich hab auch stille ach da, hallo ich bin doch in Ruhe dann wieder Carsten hau wir gehen halt um aaaaah nööö mach doch nicht so nen Schaden stille stille, ja genau ich auch ach ätzend komm schon jetzt nein da geht hallo komm wieder ja irgendwo krieg ich Schaden ab von hinten zwei ach denen auch noch? naja schon die ganze Zeit so der Boss ist fertig sehr anstrengend ja lass mich mal gleich mal gucken ob ich diese Schuhe hab ich bin außerhalb ich bin außerhalb ich wollte haben, ne? war das richtig? na da sind also grüne Schuhe öffnen die waren das? ja deswegen entschieden da fahren mal müssen wir nicht hier auch noch rein in das Gebäude und die da drinnen weg machen? ähm ja ja damit die Zitadelle aufhören ja die kann ich gar nicht die sind aber alle Non-Elite mhm weitergehen diesen Spiele verlaufen und dann selber kommt ich kann das nicht ich kann das nicht geht nicht heu mal die eine neue Hand und da können wir Gegenstände gehandelt werden herbeigezauberte kann ich sonst nicht die die ich bin das war ein wasser gestorben ich Okay, was haltet ihr denn jetzt alle dahin? Und wie fehlt ihr noch, Cramps? Ähm, noch ein bisschen über die Hälfte. Ja, fünf Cramps, oder vier, ne fünf. Ja, es können schon fast passen. Jetzt geht es weiter. Okay, ich kann noch ein bisschen über die Hälfte, oder? das hier fand ich meine der besten instanz die damals ziemlich nervig weil es ja was zu viele mobs gibt ja die war schon recht hart aber viele formeln gibt es hier ja ja aber du musst ja trotzdem die spinnen tötet und der wunderschöne da kommt brennt nämlich immer weg wo ist denn der krieger ins gesicht fällt hat er sich hinter der treppe ich krieg ich bin halt so selten wir sind ab jetzt was wir nicht er denn da das oder ein bisschen er gleich auch noch hier drinnen kannst du einfach so immer gelater mach die tic-tac ich sag's ich sag's ich sag's warte mollena bin ich drin ja aber ich bin noch nicht eingesprungen da hab ich geschlafen ich dir gar nicht anvisiert die dinge wenn du darum wir scheißen noch wieder auf ja in drei sekunden wir müssen jetzt hierbleiben von hier aus zugucken jetzt bauen wir alle cool bei uns alles was ihr habt wir können schaffen hier ist ein questgegenstand drinnen wo? in der rechten vorne rechts äh, ne istенные ja, glaube die habe ich schon voll ne, die habe ich noch nicht fertig, eins fehlt noch ich habe ja auch eine es ist der Welt hier durch drei Stück so für die Kanäle droppen ist das Zähnen zu Waffen mit den Krieg und einmal der Stärkung ich habe nur Waffen und verstärkt der Verstärkung hat die Aufklärung ne die habe ich noch gar nicht wieso sagt ihr denn nie wenn die Questgegenstände looten ich glaube nicht dass wir was gelootet haben da oder doch doch und zwar vier Sachen musst du dafür liegen echt ich habe jetzt gerade mein erstes gefunden aber ich glaube die kann noch nicht jeder ja aber dann hätte ich ja schon mal gewusst dass ich looten muss ich loote aber auch nicht immer das ist immer recht Zufall achso ne die Banshee kann das haben hier die kreischende also ich loote eigentlich immer für mich ist das selbstverständlich dass man lootet ja ne weil grüne Sachen kann ja jeder looten also wenn irgendwie was grünes oder so drin ist kann ja jeder an den Mob dran das heißt ich kann mich ja aufs Trinken konzentrieren ok und den weißen Kram will ja nie mitnehmen ich nehme mal alles mit doch jetzt hatte ich hier noch eins mit ja ja ich hoffe es kommt noch ein ja da unten ist noch ein neuer Fähigkeit Moment die muss ich mir eben aus dem Buch rauskramen dann muss er hat noch einen Kratz äh wie hießen die jetzt ach da äh einer rechts in den warum mach ich denn hier nicht mach ich da hin so mach schon mach schon ich bin in Stille ich muss jetzt ich kann wieder übernehmen mal gucken dass ich in Dalu auch einfach mal immer so tausend über sein Maximalleben heilen kann ne mit dem Old Duos ist echt heftig wir brauchen die Spinne rechts aber ohne hinzu nicht in einer Petrantin all den vermindertieren ja oh nein weil der Boss ist auch schon im Kampf ne ach echt? ja das sind ja die Diener die da runterkramen ich hab keine Cooldowns mehr jetzt von denen die sind überlebens ja ja ich bin dabei ich bin echt das einfach mal da kriegen alle wieder Schilde in dem Haufen ist noch ne Banshee drin ich hab das schon fertig ok ja verfehlt 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 der hier hatte immer irgendwas wichtiges das war der einzige Boss am Anfang der einen Hut hatte den jeder haben wollte ich überlege jetzt nur was er droppen konnte auf jeden Fall kann der was recht krass ist droppen ich glaub es ist schwer mh verfehlt ach ne quatsch der war sogar der Oman war ein sehr guter Oman gewesen war eine Umhänge gab es damals sehr wenige ja die waren relativ selten ich glaub die 20 Minuten ist gleich um sein ich hab gar keine Zeitgefühle und wir haben noch 2 Minuten cool dann können wir ja noch bisschen können wir noch ich soll erstmal mein Viech wiederholen ich soll erstmal mein Viech wiederholen das ja das ist so krank ey das ist so krank ey das ist so komisch das ist so komisch eine Ruide ich kann keinen Schaden machen aber warte also alle der braucht ein bisschen Heilung zack tausendmal maximal Leben geheilt verdickte Ruide den Boss da machen wir noch Magistrat vielleicht ob er sein Mount am Ende ja den habe ich versucht damals so oft zu looten und dem was er, dass er getroppt wird ist so selten weil ich den ganze Zeit am Farm nie gekriegt und in einer der droppen mount? der droppen mount der nicht denn das wohl seltenste mount im ganzen spiel hast du den da? hallo? was ne? ich habe 10.000 Schlüssel der Stadt hehehe richtig braucht man ne? braucht man sowas kannst du den Schlüssel zur Stadt brauchst du wenn du von einer in die andere wechseln willst also ohne raus zu gehen ok in der Mitte ist ja ein Tor ja ach Weihwasser von flüssiges Gold Weihwasser von Stratoren das brauche ich noch wo gibts das? in den Kisten glaube ich muss ich auch noch looten oh nein achja dann Weihwasser brauche ich auch noch hab ich schon hinten steht noch ne Truhe haben wir die da unten aus dem Thron? nein ach die ist verschlossen aus den Kisten bekommt man die ja wie viel brauche man da? eins ja in einer Kiste waren zwei drin das weiß ich weil ich hab in die Kiste reingeguckt ich hab's aber nicht mitgenommen aber lass erstmal den Part beenden ja mach Krabs ja ich hoffe es hat euch gefallen seid auch beim nächsten Mal wieder dabei wenn das heißt die Eule macht keinen Schaden tschüss 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 tschüss